Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Ombudsstelle der Stadt Bern In diesem Video stellen wir Ihnen die Ombudsstelle der Stadt Bern vor. Haben Sie Probleme mit der städtischen Verwaltung oder Ihren Betrieben EWB oder Bernmobil? Haben Sie Fragen zu einem Schreiben der städtischen Verwaltung? Fühlen Sie sich missverstanden oder unkorrekt behandelt? Die Ombudsstelle ist gerne für Sie da. Die Ombudsstelle steht allen offen, die ein Anliegen im Zusammenhang mit der städtischen Verwaltung oder Ihren Betrieben EWB oder Bernmobil haben, unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnsitz. Sie können telefonisch, per E-Mail oder Brief sowie zu den Öffnungszeiten persönlich an die Ombudsstelle gelangen. Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und unsere Öffnungszeiten finden Sie in der Box zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Wir erklären Verwaltungsabläufe, Vorschriften oder Entscheide. Wir informieren über die Rechtslage, erteilen Empfehlungen zur Selbsthilfe und beraten Sie über die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens. Wir prüfen, ob die Stadtverwaltung rechtmässig und angemessen gehandelt hat. Die Ombudsperson kann Einsicht in die Akten verlangen. Wir können Empfehlungen an die Verwaltung abgeben. Wir vermitteln, das heißt wir helfen mit, faire und von allen Beteiligten akzeptierte Lösungen zu finden. Die Ombudsperson ist vom Stadtrat gewählt. Sie ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Wir unterstehen der Schweigepflicht. Sie entscheiden, ob wir aktiv werden und mit der betroffenen Verwaltungsstelle Kontakt aufnehmen sollen. Die Dienste der Ombudsstelle sind für Sie kostenlos. Die Ombudsstelle ist nicht zuständig für Fragen, die andere Verwaltungen wie Bund, Kantone, andere Gemeinden oder private Rechtsverhältnisse betreffen. Die Dienste der Ombudsperson Die Dienste der Ombudsperson